Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir, Gigi Player of Spiso und heute stelle ich euch diesen Ventilator vor, der keine Schutzhülle hat. Ein sehr spannendes Ding. Dann gucken wir dem mal etwas zu. Also das hier ist nur der Fernseher, ne? Oh, das ist so schwierig! Ich werde dann nachher Musik hinter machen. Ich weiß, das ist jetzt ein Scheiß-Video, aber ich habe Bock auf ein langweiliges Video. Ich könnte einen Titel schreiben, langweiliges Video der Welt. Ja, das ist jetzt hier mal geredet. Und siehst du, das ist ein Herz, das ist vorhanden, das ist Flower Mouth. Ja, ja, absolut. In der Zeit hatte ich auch mal zuhause. Kannst du dir das vorstellen? Ne, da oben, die ist ja dann unter die Nase geworden. Ich habe jetzt einen Katz gemacht, wo ich euch sagen will. Tschüss! 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 Tschüss!